Und heute gibt es beim Kinderspielzeugkanal jede Menge Überraschungen von Mascha und der Bär. Allen voran natürlich das riesige Haus des Bären. Hier kippen wir die Einzelteile heraus und bauen diese anschließend im Schnelldurchgang zusammen. Hier haben wir das Hinterteil des Hauses, links und rechts die beiden Hälften, welche wir zusammenglappen können und zu guter Letzt noch die Türe einstecken. Dann kann es gleich weitergehen zu den Zubehörteilen. Hier sehen wir schon, haben wir einen Sessel, dazu wieder das Haus öffnen und den Sessel hineinstellen. Mit dabei ist auch noch ein Teppich und natürlich ein Fernseher, auf den Mascha und der Bär läuft. Und die anderen Zubehörteile richten wir jetzt im Schnelldurchgang ein. Außerdem haben wir noch jede Menge Figuren mit dabei. Zum einen einen Hund, einen Wolf, natürlich den Bären. Außerdem noch ein zweiter Bär, den kenne ich leider nicht, ihr könnt es aber gerne in die Kommentare schreiben. Dann noch ein riesiger Schwarzer Bär, eine kleine Ziege, ein Frosch und natürlich noch eine kleine Figur von Mascha. Und die nehmen wir jetzt gleich mal, um uns das Haus genauer anzuschauen. Hier vorne haben wir die Eingangstüre und einen kleinen Ofen und einen riesigen Kaminofen. Dann haben wir gleich eine Leiter, die rauf führt zum Bett. Hier haben wir ebenfalls noch eine Decke mit dabei. Und den Rest des Hauses zeigt uns jetzt der Bär. Hier hinten haben wir die Fernsehecke mit einem Teppich, einen Sessel und natürlich einen Fernseher. Und hier rechts haben wir den Rest des Hauses mit einem Tisch, einen kleinen Schränkchen und einen Kühlschrank, den wir sogar öffnen können. Im Inneren befindet sich Fleisch und natürlich Wurst. Also die beiden Haushälften wieder zusammenklappen, die Türe schließen und dann kann es schon weitergehen zum nächsten Spielzeug. Nämlich den coolen Krankenwagen, ebenfalls von Mascha und der Bär. Also Verpackung herausziehen, das erste Teil herausnehmen, denn hier haben wir schon jede Menge Zubehörteile. Wie zum Beispiel die beiden Wölfe, einen Arztkoffer und hier unten haben wir es gesehen, eine Trage, Gips und jede Menge andere Sachen. Hier rechts haben wir die weiteren Zubehörteile, zum einen einen Rollstuhl, zwei Gasflaschen, um den Krankenwagen zu betreiben und auch hier eine Figur von Mascha. Zu guter Letzt nehmen wir noch den Krankenwagen aus der Verpackung und den nehmen wir jetzt mal genauer unter die Lupe. Die Fahrertür können wir öffnen, um dann die Figur von Mascha einzusetzen. Auch die Beifahrertür geht natürlich auf. Die weitere Tür, die wir öffnen können, sehen wir hier und hinten haben wir beide Flügeltüren, die wir aufmachen können, um anschließend die Trage ins Fahrzeug zu schieben. Für die optimale Bespielbarkeit können wir sogar das Dach abnehmen. Und im Inneren sehen wir einen Schrank, in welchem wir zum Beispiel verschiedenste Arztgegenstände verstauen können. Wenn euch das Video gefällt, gebt diesen doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kinderspielzeugkanal und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Denn jetzt schauen wir uns die anderen Zubehörteile mal genauer an. Die Gasflaschen nehmen wir zur Seite und als erstes müssen wir den Gips anbringen. Der erste Gips ist für den Arm, den können wir ganz einfach aufstecken. Und den zweiten Gips haben wir fürs Bein, auch den können wir ganz einfach anstecken. Dann ist unser Wolf schon gut verarztet, aber für die Schmerzen noch ein kleines Schmerzmittel und ein paar Eisbeutel. Als nächstes noch ein wenig Medizin und natürlich nicht zu vergessen den Herzschlag kontrollieren. Und die ganzen Sachen können wir optimal im Arztkoffer verstauen. Diesen räumen wir dann wieder in den Krankenwagen, schließen die ganzen Türen, setzen das Dach wieder ein, dann auch die Beifahrertür schließen und die Mascher bringt unseren Patienten dann zurück zum Bus. Und anschließend kann sie hier natürlich Platz nehmen, denn jetzt geht es weiter zum nächsten Spielzeug. Hier haben wir den riesigen Bären, aber um den geht es jetzt nicht. Als nächstes wird nämlich das Haus von Mascher unter die Lupe genommen. Auch hier haben wir wieder Zubehörteile, wie einen Schaukelstuhl, einen Schminktisch und natürlich eine Figur von Mascher. Hier rechts haben wir weitere Zubehörteile, wie zum Beispiel diese Kiste, ein kleines Hündchen, eine Puppe, einen Teddybären und verschiedenste Bauglätze, die wir alle in der Kiste unterbringen können. Aber jetzt nehmen wir das Haus aus der Verpackung, öffnen die Türe und wie wir sehen, haben wir gleich dahinter eine Wand. Das sieht aber komisch aus. Zuerst setzen wir aber noch den Hund in die Hundehütte, drehen das Haus einmal um die eigene Achse und schauen uns mal an, ob wir dieses irgendwie öffnen können. Und hier hinten, wer sagt es denn, geht sogar auf. Danach können wir sogar ein Bettchen und einen Schrank ausklappen, um das Haus anschließend einzurichten. Hier haben wir das Bett, in dem Mascher schlafen kann. Hier vorne haben wir eine Spielzeug-Eisenbahn auf dem Boden, einen Teppich und einen großen Schrank mit jeder Menge Stickern. Dann haben wir noch unsere Kiste mit den ganzen Sachen, eine Tafel und einen Schaukelstuhl. Und genauso schnell, wie wir das Haus aufgeklappt haben, können wir dieses auch wieder zusammenklappen und diesmal sogar mit den ganzen Zubehörteilen. So bleibt alles gut beisammen. Dann das Haus zur Seite stellen, denn jetzt geht es weiter zu den letzten beiden Spielsachen für heute. Nämlich ein Spielset mit jeder Menge Tiere und ein Geburtstagspartyspielset. Und wie wir hören, ertönt hier sogar Musik aus der Puppe. Also höchste Zeit, das Spielzeug auszupacken. Hier oben die Schachtel öffnen und das Innere herausziehen. Als erstes haben wir natürlich die Puppe mit einem Luftballon. Hier links haben wir drei Geschenkverpackungen. Auch diese nehmen wir hier raus. Dann noch rechts in der Schachtel die ganzen Zubehörteile bzw. Geschenke. Und diese Zubehörteile können wir natürlich optimal in die Geschenkverpackungen hineinstecken. Also die erste Geschenkverpackung öffnen. Und hier verstauen wir einen Waggon. Und einen kleinen Hasen. Dann Geschlecht schließen und weiter zum nächsten. Auch hier verstauen wir einen Waggon und einen kleinen Teddybär. Und im kleinsten Geschenk natürlich noch den Zug. Außerdem haben wir noch eine Geburtstagstorte. Aber jetzt weiter zum nächsten Spielzeug. Denn hier haben wir ein Masha-Spielset mit jeder Menge Tieren. Also die Puppe herausnehmen und danach die Tiere auspacken. Denn mit dabei haben wir eine Ziege, so wie es aussieht. Einen kleinen Pinguin, ein Schwein, einen Hund, einen Hasen und ein Eichhörnchen. Und zu guter Letzt öffnen wir jetzt noch die verschiedenen Figuren-Sets. Und diese sind in Blindbags versteckt. Das heißt, wir können vorher nicht sehen, was sich in den Tüten befindet. Also reißen wir die erste Tüte mal auf und schauen uns an, was wir darin so versteckt haben. Und so wie es aussieht, haben wir eine kleine Figur von Masha im Badeanzug und mit einem Schwimmreifen. Aber gleich weiter zur nächsten Verpackung. Auch hier haben wir wieder eine Figur von Masha, aber diesmal im edlen Gewand und mit einer Triangel. Und weiter zur dritten Verpackung. Auch diese reißen wir wieder auf und schauen uns mal an, was sich darin so befindet. Und hier haben wir auch wieder eine Figur von Masha, diesmal mit einem riesigen Hut. Ich habe nicht genau erkennen können, was das so ist. Und in der vierten Verpackung haben wir wieder eine Masha-Figur mit einem riesigen Bauhelm. Auch die legen wir zur Seite und machen weiter mit dem nächsten Spielzeug. Auch hier haben wir wieder eine Figur von Masha, ebenfalls mit dem riesigen Hut. Normalerweise sind auch Figuren des Bären darin versteckt. Also nun weiter zur nächsten Verpackung. Und auch hier haben wir wieder eine Figur von Masha. Wieder die mit der Triangel. Und beim vorletzten Päckchen haben wir ebenfalls eine Figur von Masha. Aber diesmal in der Winterjacke und mit Eis. Das wär's dann im Großen und Ganzen von den Spielsachen für heute. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kinderspielzeugkanal. Aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kinderspielzeugkanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.